Da bin ich auch schon wieder und ich habe euch erzählt, dass ich mir was gekauft habe, was ich mir vorher nicht vorstellen könnte. Und schaut mal, ich habe mir ein Motorrad spendiert. Da draußen könnt ihr es auch sehen. Ich würde euch das jetzt auch gerne mal hautnah zeigen, aber wie ihr sehen könnt, ist es gerade dermaßen am Schütten. Ja, und ich habe auch gerade meine ersten Fahrstunden hier gehabt und ich habe einen mega, mega guten Fahrlehrer. Den würde ich euch jetzt gerne mal vorstellen. Und zwar der David aus Köln. Vielen Dank für die Fahrstunde, Mann. Es war ein bisschen regnerisch, hast dir nicht das beste Wetter ausgesucht, aber... Du hast dich sehr gut geschlagen. Das möchte ich zugeben. Dankeschön, Dankeschön. Es ist wirklich schon ganz gut gelaufen. Danke, Mann. Ja, und wir warten jetzt, dass der Regen dann wieder vorbei ist. Schaut mal, wie pitschenass ich einfach bin. Meine ganze Hose komplett nass, die Schuhe auch. Aber das ist so ein geiles Abenteuer. Also ich glaube, jetzt mit dem Motorrad durch Vietnam zu fahren, das wird so geil, echt. Ja, und mit ersten Fahrstunden meine ich übrigens, ein Motorrad zu fahren, das komplett manuell funktioniert. Wir sind zurück hier im Hostel, haben uns gerade unser Gepäck abgeholt und schaut mal, wie man das hier auf das Motorbike befestigt. Mega witzig, oder? Das hier ist meins, da ist mein großer Backpack. Und das ist Davids, auch eine Honda Win. Hi, Mann. Machst du richtig gut. Danke. Ja, und wir sind auch schön farbenfroh, ne? Rot, blau, gelb. Ja, fallen wir auf der Straße auf jeden Fall auf. Und ich habe übrigens für diese Honda Win 250 US-Dollar bezahlt. Die Rucksäcke sind befestigt und jetzt geht es gleich auch schon in die nächste Stadt. Wo fangen wir jetzt hin? Wo geht's hin? Nach Ventray? Das ist, wenn du weißt, dass du wirklich auf Reisen bist, wenn du eigentlich nicht wirklich einen Plan hast und eigentlich nur der Weg das Ziel ist. So sieht es aus. Einfach fahren. Raus aus der Stadt und ein bisschen was erleben. Wir machen hier gerade Pause und der David, der spendiert sich hier einen Ölwechsel. Ja, oder? Jetzt kriege ich noch die Kette, ein bisschen gestrafft. Da wird jetzt gerade der neue Dichtungsring hergestellt. Das ist auf jeden Fall nach Norm, oder? Auf jeden Fall. Ich habe aber großes Vertrauen, muss ich sagen. Und jetzt wird hier Julians Motorrad auch noch repariert. Und ähnliches Problem wie bei mir, die Kette, sie ist etwas locker gewesen. Ja, obwohl hier gar keiner Englisch spricht, muss man hier mit Händen und Füßen einfach mal ein bisschen versuchen zu kommunizieren. Aber in den meisten Fällen klappt das auch. Das ist dann ganz cool. Ja, jetzt versuchen wir mal durchzufahren. Dann kommen wir heute hoffentlich noch vor Sonnenuntergang an. Aber guckt ihr mal das an. Richtig geil, Mann. Die Wolken, sie ziehen über uns herein. Mal gucken, ob wir noch trocken ankommen. Hoffentlich, Mann. Das kriegen wir schon hin. Wir sind jetzt gerade in unserer Unterkunft angekommen. Und hier gab es dann auch erstmal ein Willkommensbier. Nochmal Cheers, David. Cheers. Cheers. Und ja, wir haben gerade eingecheckt. Oh, ich muss erstmal ein Schluck trinken. Sorry. Gerade eingecheckt. Und wir zwei sind hier ganz alleine in einem Sechser-Schlafsaal. Und jetzt schaut euch den mal bitte an. Wie geil das einfach ist. Das hier, das riesige Doppelbett, das ist meins. Das ist Davids. Und hier sind halt noch zwei andere Betten. Und wir sind einfach echt mal die einzigen hier. Das ist so cool. Und meine Motorrad-Tour-Fahrt, die erste für mich, die war einfach nur der absolute Wahnsinn. Das macht so viel Spaß. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Ich glaube, was man noch erwähnen muss, ist nicht nur, dass das Zimmer ziemlich cool ist, sondern wenn man aus diesem Zimmer rausgeht, sind wir auch noch an einem Fluss. Und die Location dieser Unterkunft ist einfach der absolute Wahnsinn. Es hat so ein bisschen was von Dschungel. Ja, und das ist Wahnsinn. Acht Euro zahlen wir. Acht Euro. Und das, was der David gerade erklärt hat, also wie das draußen aussieht, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Und so sieht das von außen aus. Hier überall Palm. Schaut mal, hier ist sogar noch ein Fluss. Eine Holzbrücke. Aber ich muss euch jetzt noch was richtig Schönes zeigen. Kommt mal mit. Gehe ich jetzt mal hin. Und dann direkt neben unserem Bungalow befindet sich dieses schöne Bambushäuschen hier. Und geht man dann hier rein. Und dann gibt es hier Hängematten. Und hat der David sich auch schon richtig bequem gemacht. Zurecht. Neben der großen Stadt Ho Chi Minh, aus der wir gekommen sind, wirklich hier jetzt im absoluten Paradies. Im Dschungel. Bei absoluter Ruhe. Und niemand ist hier. Keiner hier. Wir haben jetzt gerade richtig lecker gegessen. Und als Nachtisch gibt es jetzt hier noch so ein Avocado-Juice. Und weil es so geil ist, gibt es jetzt hier auch schon den zweiten Shake. Wir sind zurück in der Unterkunft. Die Moskito-Netze auch schon aufgehangen. Und was ich euch übrigens noch erzählen wollte. Der David hat die Tage sein erstes YouTube-Video hochgeladen. Und das müsst ihr euch anschauen. Den Link zu seinem YouTube-Channel, den lasse ich euch mal hier unten in der Beschreibung da. Und wir legen uns jetzt so langsam mal schlafen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir chillen hier jetzt noch in unseren Hängematten. Und schauen dann gleich mal, ob wir irgendwas zu frühstücken bekommen. Und schaut euch einfach mal diese Aussicht an. Ist das nicht geil? Boah, ich genieße das gerade so sehr. Und da ist der David. Der hat übrigens auch die Sony Alpha am Start. Aber eine neuere Version, die 6300. Zurecht. Macht sehr geile Aufnahmen, der Kerl. Wir sitzen jetzt hier beim Filmen. Frühstück. Und es gibt Spiegelei, Baguette, Mango und Kaffee. Und der schmeckt auch immer karamellisiert. Würde ich sagen, guten Hunger, ne? Reingehauen. Wir haben gerade in unserer wunderschönen Unterkunft ausgecheckt. Jetzt muss ich nur noch diesen Backpack hier drauf schneiden. So, Backpack befestigt. Und jetzt geht es 70 Kilometer nach Chantou. Wir sind jetzt schon eine Stunde mit dem Motorbike unterwegs und sind gerade auf einer Fähre. Wir müssen jetzt wahrscheinlich auf unserem Weg zweimal eine Fähre nutzen. Wir machen hier gerade Pause in einem Teleshop, weil der David sein Handy aufladen möchte. Und hier in diesen Shops, da ballert immer so heftig die Musik. Und das ist hier echt noch harmlos. Als ich in Ho Chi Minh meine SIM-Karte gekauft habe, da war das echt gefühlt, als seien wir in einer Großraumbiskothek. Und das ist hier in der Boxkarte. Und das ist hier in der Boxkarte. Und das ist hier in der Boxkarte. 80 sind. Bin ich dabei. Ja komm, hau rein. Was kostet die Welt ey? Ist ja eh alles wie umsonst. Ne, wir sollten schon ein bisschen süß im Arsch hier vorgehen. Sonst ufert das so komplett aus. Wir sind in Chanteau angekommen und befinden uns jetzt im Moment hier in einem Supermarkt, weil wir uns für morgen ein bisschen eindecken wollen, weil wir fahren nämlich ganz schön lange zu einem richtig, richtig schönen Ort. Wir waren gut einkaufen und haben uns viel zu viel gekauft und jetzt sitzen wir beim Essen und es gibt wieder Fein. Lass dir schmecken, Mann. Guten Hunger. Die machen Faxen hier. Guck mal wie der David aussieht. Schaut euch das mal an. Genauso wie die kleine süße Maus dort. Xin chào. Xin chào. So Leute und ich kann mich jetzt gerade überhaupt nicht entscheiden, ob ich dieses Hemd hier kaufen soll, das da, oder aber dieses hier. Das ist blau. Und da ich mich nicht entscheiden kann, lasse ich jetzt die kleine Maus entscheiden. Die kleine Maus hat mir gerade gesagt, dass ich beide Hemden kaufen soll und das mache ich jetzt auch. Die weiß halt schon ganz genau, wie das Geschäft läuft. Hier immer schön immer das Doppelte andrehen. Und ab kriegt die wilde Fahrt. Eins, zwei, drei. Und jetzt kommt das Finale. Oh Gott. Die kriegt sich nicht mehr an. Die kleine Maus, die macht jetzt gerade hier die Vlogs. Hey. Das fahrt aber schon richtig gut. So witzig. David und ich, wir haben gerade Timmy auf der Straße getroffen. Hey man. Und der hat uns einfach mal gerade seine ganze Familie vorgestellt. Hey, hello, sin ciao. Und ja, wir haben jetzt hier noch ein Avocado-Smoothie uns spendiert. Und sitzen jetzt mit denen hier gemeinsam und quatschen so ein bisschen mit denen. So cool, echt. Haben uns einfach auf der Straße getroffen, ein bisschen gelabert. Und dann meinte er so, hey, wollt ihr nicht reinkommen? Meine Familie sitzt hier. So Leute, wir sind jetzt zurück im Hostel und wir legen uns jetzt auch gleich so langsam schlafen. Denn morgen früh müssen wir super, super früh aufstehen, weil wir zu einem ganz, ganz tollen Ort fahren. Und wo wir hinfahren, das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ciao. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020